Suche nach Tayo auf YouTube! Tayos Abenteuer bei den Dinos Was ist das? Das ist das Dino-Reich! Die Legende Sino, sie ist wahr! Das gibt's doch nicht! Komm, lass uns reingehen! Wow! Hm! Ah! 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 Mein Freund der Dinosaurier, Teil 1! Da drüben können wir die kleinen Busse sehen, die gerade aus dem Vergnügungspark kommen! Wow, das war ein Spaß! Lasst uns morgen wieder hin! Ja, gern! Leute, guckt mal da oben! Wo denn? Was? Hä? Was soll denn da sein? Komisch, ich dachte, ich hab da gerade noch ein helles Licht gesehen! Da hast du dich wohl geirrt! Da war was! Ich bin doch nicht doof! Lasst uns mal genauer nachsehen! Tayo! Kommt schon! War das hier irgendwo? Tayo, lass uns wieder zurückfahren! Ja, es ist doch schon dunkel! Wir sind fast da! Nur noch ein bisschen weiter! Es muss hier irgendwo sein! Hm! 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 Vielleicht hier lang? Hm! 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 Hey, hier gibt's gar keine Straße mehr! Ich bin sicher, das Licht war irgendwo hier! Oh! 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 Alles okay? Ja! Leute, kommt schnell her! Hm! Hier drüben! Oh! Wow! Das ist eine Höhle! Wie cool! Ich bin mir sicher, dass das Licht von hier kam! Rein mit uns! Oh! Nein, nein! Ich find's unheimlich! Ich hab Angst! Gibt's da Geister? Du wolltest unbedingt hierher, also gehst du als Erster! Oh! Ich soll allein? Aber allein ist es unheimlich! Du hast auch Angst, richtig? Nein, hab ich überhaupt gar nicht! Gut, dann geh ich eben als Erster! Oh! 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 Ich hab solche Angst! Oh! Wieso bist du denn schon wieder zurück? Ich glaub, da ist gar nichts drin! Echt? Na, lasst uns nach Hause fahren! Hey, warte auf mich! Tayo! Vereilung! Nicht so schnell, Leute! Aber Tayo, was glaubst du denn, hast du vorhin dort gesehen? Ich bin mir sicher, da war gar nichts! Ich bin mir nicht so sicher! Hä? Aber Tayo, wo ist denn deine Schulmarke? Wo ist sie? Wahrscheinlich hast du sie eben in der Höhle verloren! Na, hab ich das? Du solltest zurück zur Höhle fahren und nachsehen! Allein? Wir müssen morgen früh wieder arbeiten! Kommt! Bis später, Tayo! Okay, bis später! Ich schaff das schon! Letztendlich muss Tayo allein zurück in die Höhle, um seine Schulmarke zu suchen! Wo hab ich sie verloren? Es ist zu dunkel, um was zu sehen! Ist ein Geist! Hilfe! 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 Oh! Ich, ich fliege! Oh! Was ist passiert? Oh! Ah! Ein monster! Der sehr verängstigte Tayo kehrt in die Garage zurück! Oh, Tayo, du bist schon zurück! Hast du deine Schulmarke gefunden? Tayo, was ist passiert? In der Höhle war... Ein was? Da war ein Monster in der Höhle! Monster? Klar doch! Es stimmt! Ein Monster, das aussah wie ein Dinosaurier, hat mich in den Himmel gehoben! Tayo, hör auf mit dem Blödsinn! Es stimmt aber! Meine Marke flog auch im Himmel herum! Und wo ist dann deine Marke jetzt? Na ja, also... Tayo, hast du geträumt? Was? Garni, du glaubst mir auch nicht? Och, ich bin müde! Ja, lasst uns jetzt schlafen! Gute Nacht! Oh, und ich hab doch ein Monster gesehen! Tayo, der kleine Bus! Am nächsten Tag fahren die kleinen Busse wieder zur Höhle am Berg! Auch wenn ihr Angst habt, dürft ihr mich nicht allein lassen! Klar doch! Ich bin ja auch kein verängstigtes Mäuschen wie du! Das bin ich gar nicht! Ja, hier ist alles in Ordnung! Hier kommen wir nicht durch! Es ist abgesperrt! Kinder! Hier ist es gefährlich! Ab nach Hause! Okay! Seht ihr, hab ich doch gesagt! Ich bin mir sicher, dass sie hier sind, wegen des Monsters! Tayo könnte recht haben! Könnte sein! Hey, was ist das denn? Was? Da fliegt eine Schulmarke! Das macht echt zurück! Was? Was? Tayo, was passiert da? Leute, wartet mal! Er scheint freundlich zu sein! Er hat Tayos Marke zurückgebracht! Wolltest du mir das bringen? Da! Da! Danke! Ich glaube, er versteht uns! Mein Name ist Tayo. Wo wohnst du denn? Da! Oh, zeigt er auf die Höhle! Hier drüben haben wir noch nicht gesehen. Ist es wirklich ein Dinosaurier? Ja, ist es. Was hat er? Hi Kinder. Hallo. Habt ihr vielleicht ein Dinosaurier gesehen? Dinosaurier? Ja, jemand hat ein Dinosaurier in dieser Gegend gesehen. Ich glaube, hier ist er nicht. Wirklich? Und warum seid ihr auf der Suche nach ihm? Was passiert, wenn ihr den Dinosaurier findet? Es ist ein seltenes Tier und wir würden an ihm forschen. Es könnte gefährlich sein, darum müssen wir es wegschließen. Was? Wegschließen? Wir haben es nicht gesehen. Okay, wenn ihr ihn seht, gebt bitte Bescheid. Lass uns da drüben weitersuchen. Tayo, warum hast du wegen des Dinosauriers gelogen? Hätte ich die Wahrheit gesagt, hätten sie ihn doch mitgenommen. Ja. Dann lasst uns den Dinosaurier verstecken. Das ist eine gute Idee. Ja. Dinosaurier, wir passen auf dich auch. Ja. Kommst du mit? Gau. Gau. Die kleinen Busse kehren mit dem Dinosaurier zur Garage zurück. Gau. Das ist so süß. Sollen wir dem Dino einen Namen geben? Ja. Wie wollen wir ihn nennen? Wie wäre es mit Tino? Tino? Ja, er sieht aus wie ein Tyrannosaurus, den ich im Fernsehen gesehen habe. Das passt gut zu ihm. Oh ja. Ab jetzt nennen wir dich Tino. Einverstanden? Ich glaube, Tino gefällt das. Hogi. Oh, Hala. Hier versteckst du dich. Hogi, hast du aufgeräumt, bevor du spielen gegangen bist? Aufgeräumt? Fahr mal zur Seite, damit ich das überprüfen kann. Kannst du nicht ein wenig später kommen? Hogi, du hast nicht aufgeräumt, oder? Fahr zur Seite. Hala, ich... Also los. Okay. Wow. Super gemacht, Hogi. Du hast ja alles aufgeräumt. Warum wolltest du mir das denn nicht zeigen? Es ist doch super sauber. Ich dachte, du wärst dann zu geschockt, darum. Oh, Hogi. Viel Spaß euch noch. Hey, was war das denn? Oh, Tino. Oh, Tino. Tino. Wow. Was? Warst du das etwa? Ich danke dir so sehr, Tino. Du bist der Beste. Am nächsten Tag spielen Tayo und Tino in der Garage. Lala. Ah, das fühlt sich super an. Oh, Gott. Oh, Tino. Oh, Tino. Wow. Wo ist denn mein Donut hin? Nein, Tino, du sollst doch nicht zaubern. Hey! Tayo und Tino sind schnell Freunde geworden. Doch die Forscher, die nach dem Dinosaurier gesucht haben, sind ihnen auf der Spür. Ich hab einen Fußabdruck entdeckt. Was? Hm, wo ist er nur hin? Da ist ein Reifenabdruck. Ich werde herausfinden, wessen Reifen das ist. In einer dunklen Nacht in einer Höhle am Berg treffen die kleinen Busse auf den Baby-Dinosaurier Tino. Sie nehmen ihn mit in die Garage und werden Freunde. Das ist so schön! Aber die Forscher finden Beweise, dass es den Dino wirklich gibt. Wo ist er nur hin? Ich werde herausfinden, wessen Reifen das ist. Was wird nun geschehen mit Tino und den kleinen Bussen? Mein Freund der Dinosaurier, Teil 2! Tayo und Tino haben viel Spaß miteinander. Mit dir macht es total Spaß, bei der Garage zu bleiben, Tino. Aber wie bist du hierhergekommen? Wow! Und? Aha, du bist aus der Höhle gekommen. Da! Also, ist dein Zuhause hinter der Höhle? Da! Da! Wieso? Vermisst du deine Familie? Ich verstehe. Wir haben Ärger am Hals. Wieso? Was ist los? Auf dem Weg hierher habe ich bemerkt, dass mehr Leute als sonst bei der Höhle sind. Hey, dann können wir da nicht mehr so einfach hinfahren. Tino sieht echt traurig aus. Ah, sollen wir alle gemeinsam zum Vergnügungspark fahren? Vergnügungspark? Ja, Tino wird es sicher aufmuntern. Wieso nicht? Die kleinen Busse und Tino fahren zum Vergnügungspark. Tino, das ist der Vergnügungspark. Ist das nicht richtig genial? Auf zum Sausi-Mausi-Karussell. Okay. Juhu, das macht Spaß. Schade, schon vorbei? Sieht so aus. Oh, wie schade. Ich wollte noch länger. Oh, was ist denn nun los? Ich habe keine Ahnung. Tino, warst du das? Ja. Du bist der coolste, Tino. Fast oben. Willst du dir die Blumen ansehen? Hier gibt es wunderschöne Blumen. Oh, mein Ballon. Oh. 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 Das ist mein Ballon. Oh, das ist der Hammer. Oh, danke dir, Tino. Oh. Oh. Tino ist echt so cool. Was meint ihr? Ja, dank Tino konnten wir das Karussell super lang fahren. Und er hat meinen Ballon wiedergebracht. Danke, Tino. Oh. Ah. Ah, Tino ist weg. Was? Wohin könnte er verschwunden sein? Wir teilen uns auf und suchen ihn. Ah. Eine Eilmeldung. Ein Tier, vermutlich ein Dinosaurier, wurde am Berg gesichtet. Sollten Sie dieses Tier gesehen haben, melden Sie sich bitte umgehen. Was? Oh nein. Ein Dinosaurier wurde entdeckt. Was? Wow. Warten Sie. Haben Sie diesen Bus gesehen? Oh. Hm. Ist das Tayo? Ich bin mir nicht sicher. Tayo? Hm. Tino! Tino! Wo ist der Noah? Wow. Ein Dinosaurier. Da steckt wahrscheinlich irgendjemand drin. Tino! Ist das wirklich ein Dinosaurier? Das kann nicht sein. Das ist dein Kostüm. Da bist du ja. Das ist mein Dinosaurier-Roboter. Ich hab ihn verloren. Er sieht täuschend echt aus. Siehst du? Der ist nicht echt. Er sieht so echt aus. Wow. Wir haben dich so gesucht. Wie bist du hierher gekommen? Wow. Wir haben uns Sorgen gemacht, als du plötzlich weg warst. Na komm. Hüpf rein. Das ist... Hallo? Ich habe den Dinosaurier aus den Nachrichten gesehen. Tayo, der kleine Bus. Hier. Zieh nie wieder alleine los. Wow. Das kitzelt. Wow. Oh, guck mal da. So viele Sterne sind da oben am Himmel. Wow. Wow. Oh, sieh die Sternbilder an. Das sieht doch aus wie Tino. Gau. 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 Das sieht aus wie ein Bus. Das sind dann Tino und wir. Gau. 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 Tino, bleib doch bei uns. Geh nicht nach Hause, sondern spiel mit uns. Ja. Wir könnten jeden Tag spielen. Gau. Gau. Ist das cool. Macht das Spaß? Ja, macht total viel Spaß. Gau. Gau. Tino will, glaube ich, wirklich wieder dringend nach Hause. Oh ja. Er hat zwar Spaß mit uns, aber er vermisst seine Familie wohl sehr. Tino. Wir müssen Tino helfen, nach Hause zu kommen. Aber bei der Höhle sind doch viel zu viele Menschen. Dann müssen wir ihm einen Weg finden. Okay. Okay. Er ist da drüben. Sie müssen wegen Tino hier sein. Nein. Tino, hüpfe rein. Wir fahren zum Berg. Los. Starb. Oh nein. Gebt uns den Dinosaurier. Wir können nirgendwo hin. Fliege ich etwa? Wie kann das sein? Gau. Tino. Seht euch das an. Er fliegt oben im Himmel. Fangt sie, bevor sie flüchten. Gau. Das kann doch nicht wahr sein. Tayo. Jetzt fliegen wir sogar auch. Absolut. Das kann doch nicht wahr sein. Sie fliegen. Ich glaube es nicht. Juhu. Juhu. Wow. Lala. Lala. Das ist Titipo. 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 Hallo. Wui. Großartig. Lasst uns schnell zum Berg fahren. Ja, schnell. Die kleinen Busse sind schon fast bei der Höhle am Berg. Da sind immer noch Leute. Nein. Wir brauchen einen Plan. Einen Plan? Entschuldigung. Da ist was passiert. Was ist los? Da drüben ist was total seltsames. Was? Beeilung. Schneller. Okay. Warte. Hier ist nichts. Was ist denn mit denen los? Ich hab Angst. Los, komm. Jetzt los. Was ist das denn? Geschafft. Geschafft. Leute. Jack, seid ihr okay? Klar. Gut gemacht. Ja. War doch nichts. Jetzt kannst du rauskommen. Gau. Gau. Es wird Zeit, sich zu verabschieden. Gau. Tino. Gau. 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 Das sieht aus wie ein Wurz. Das sind dann Tino und wir. Gau. 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 Wir werden dich niemals vergessen, Tino. Gau. Gau. Oh ja. Wir werden dich vermissen. Gau. 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 Ich schenke dir die Schulmarke, die du für mich gefunden hast. Gau. 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 Nun geh schon. Deine Familie wartet auf dich. Ach, mach's gut. Bis bald, irgendwann. Gau. 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 Bis bald, Tino. Traurig verabschieden sich die kleinen Busse von Tino. Bis bald. Wir hoffen, dass sie sich bald wiedersehen.